Hallo meine Lieben! Ich bin's wieder, die Kiki von Kiki's Kitchen. Und wir machen heute einen Pflaumenkuchen, der extrem lecker ist. Der besteht aus einem Mürbeteigboden, einer Puddingcreme, saftigen Pflaumen und oben schließen wir mit Streuseln ab. Und ich zeige euch jetzt einen richtig coolen Teig. Das ist eigentlich ein Mürbeteig, aber wir benutzen ihn quasi 2 in 1. Wir benutzen ihn für den Boden und später für die Streusel obendrauf. Und der besteht aus folgenden Zutaten. Ein Ei, dann habe ich Mehl, Backpulver und Zucker und etwas Butter. So, wir starten direkt. Für den Mürbeteig gebt ihr einfach alle Zutaten, die ich euch gerade aufgezählt habe, in eine große Schüssel und damit beginne ich jetzt. Ich gebe jetzt erstmal die trockenen Zutaten hinein, also Backpulver, Mehl und Zucker. Verrührt das ganz kurz miteinander, mit einem Schneebesen am besten. Und dann die Butter mit dazu, die darf auch ruhig zimmerwarm sein. Das Ei dazu und dann schnappt ihr euch die sauberen Hände und verknetet alles. So, ich gebe jetzt 2 Drittel des Teigs in meinen Backrahmen. Den habe ich auf 26 x 34 cm eingestellt und drücke den Teig mit meinen Händen flach. Ihr könnt das Ganze jetzt bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank geben. Und 1 Drittel lasst ihr einfach stehen auf Zimmertemperatur, das sind gleich unsere Streusel. Und ich zeige euch jetzt, wie die Füllung geht. Und zwar benötigen wir die folgenden 5 Zutaten. Milch, Speisestärke, Zucker, Vanilleextrakt oder Vanillezucker und Schmand. So ihr Lieben, am Herd geht's jetzt weiter und hier verrühren wir alle Zutaten bis auf den Schmand. Das heißt, einmal die Milch in den Kochtopf geben, da kommt Zucker dazu, Speisestärke und Vanille. Und dann den Herd noch nicht einschalten, erstmal umrühren, das Ganze klümpchenfrei miteinander verbinden. Und dann könnt ihr den Herd einschalten und das Ganze zu einem Pudding kochen. Sobald der Pudding aufkocht, dickt er auch schon ein und dann gebt ihr ihn am besten 15min an die Seite. Gelegentlich umrühren, damit er ein wenig ausdampfen kann. Und jetzt kommt unser Schmand zum Einsatz und den gebe ich jetzt einfach dazu und rühre ihn unter mit dem Schneebesen. So, als nächstes die Creme einfach auf dem Boden verstreichen und dann kommen die Pflaumen zum Einsatz. Die gebt ihr einfach auf die Creme. Schön unregelmäßig verteilen aber so, dass jedes Stück ordentlich Pflaumen abbekommt. Und das Tolle ist, bei diesem Rezept könnt ihr auch die sehr saftigen und sehr fleischigen Pflaumen verwenden. Das sieht jetzt schon richtig, richtig gut aus, allein die Farben. Ihr könntet die Pflaumen natürlich auch nur halbieren oder vierteln. Ich habe es jetzt geachtet, es kommt auch immer auf die Größe der Pflaumen an. Und jetzt fehlen ja nur noch die Streusel und tadaa, die sind ja schon vorbereitet. Und da gebe ich jetzt auch einfach unregelmäßig die Streusel auf die Oberfläche. Mein Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und da backe ich meinen Pflaumenblechkuchen gleich für circa 45 Minuten. Und nach dem Backen dann einmal vollständig auskühlen lassen und den Backrahmen entfernen. Und tadaa! Fertig ist der wohl leckerste Pflaumenkuchen ever, weil ich mag das eben, wenn er noch so eine Schicht ist mit Pudding, mit Creme, irgendwas was noch so ein bisschen Cremigkeit verleiht und daher ist das mein absolutes Lieblingsrezept. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt nachmachen, indem ihr hier unten in der Videobeschreibung die ganz genauen Zutaten anschaut. Einfach bei Kaufland einkaufen gehen und das Ganze dann nachmachen. Und worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, das sind eure Fotos. Wenn ihr die teilt mit dem Hashtag Kaufland oder dem Hashtag Kiki's Kitchen, dann schaue ich mir eure Pflaumen-Exemplare auch gerne an. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinem nächsten Rezept hier auf dem Kauflandkanal auch wieder dabei seid. Tschüss, eure Kiki! Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.